Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es Highlights aus dem Solo-Plattform-Cup. Ich habe in dem Cup zwar nur sechs Runden, glaube ich, gespielt, weil ich irgendwann einfach keine Lust mehr habe, da ich ziemlich hart in manchen Runden verkackt habe. Das Problem war, ich war zu dem Zeitpunkt ziemlich, ziemlich müde und konnte mich eben halt kaum konzentrieren. Deshalb lief es einfach nicht ganz gut. Wenn es dir trotzdem gefällt, würde ich mich richtig über ein Abo finden. Außerdem werde kommentiert und teilt das Video und check gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal und dort werde ich heute auch wieder den Solo-Cup streamen. Und jetzt viel Spaß mit den Highlights. Oh, bitter. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da vorne liegt noch eine Sniper. Was ist das? 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 Was ist das?